Einen eigenen Erste-Hilfe-Rucksack? Ich meine, okay, wenn ich Survival-Trainings oder Bushcraft-Trainings draußen gebe, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Aber als Privatperson, wenn man einfach nur so unterwegs ist, macht das wirklich Sinn? Das hier ist das Tasmanian Tiger Assault Pack SMK2. Ein langer Name, aber es ist auch wirklich viel drin. Und wenn du wissen willst, warum ich dieses Teilchen hier auch als kleinen Daypack oder als Buy-Pack, Buy-Rucksack für ein größeres Konzept andenke, ja, wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival-Trainings. Schön, dass du dabei bist. Da ist er noch dieser kleine, schlanke, kompakte Rucksack, 6 Liter übrigens. Und das Tasmanian Tiger hat das natürlich als taktische Ausrüstung, Tactical Medic Care im Kampf und so weiter entwickelt. Das heißt, du kannst das einmal als Rucksack verwenden und es kann auf einem Plattenträger montiert werden. Gut, ich zeige dir nachher die Funktionalitäten, was dieser Rucksack kann, genau her. Aber bevor wir das tun, ganz kurz, wofür könnte man das als Zivilist verwenden? Na, wie gesagt, einerseits als Medic-Rucksack. Das setze ich ein bei Überlebenstraining oder Bushcraft-Trainings oder Outdoor-Trainings, wo ich sage, okay, wir sind ein bisschen im Abseits unterwegs. Ich meine damit, wir sind nicht an einer Hauptstraße, wo man mit der Rettung einfach herfahren kann. Wenn wir jemanden haben, der verletzt ist und der herausgebracht werden muss aus diesem System oder aus diesem Wald oder aus diesem Waldstück, da muss vielleicht sogar die Bergrettung kommen oder die Feuerwehr. Das ist nicht so einfach. Und da muss ich so lange wie möglich handlungsfähig bleiben. Und da habe ich auch mehr an Ausrüstung mit. Ich zeige das jetzt dann nachher für den zivilen Bereich. So, das ist der eine Punkt. Jetzt kannst du sagen, reine, das ist langweilig, weil ich werde niemals nie mit einer Gruppe rausgehen. Ich brauche sowas nicht. Wer soll das tragen? Gute Frage. Aber es ist entweder auch ein kleiner Daybag, könnte man nutzen. Es gibt halt leider kein Tragesystem. Ist da aber auch nicht notwendig. Muss ich gleich dazu sagen. Das ist, glaube ich, nicht die Idee, weil er ja entweder auf den Plattenträger draufkommt oder, und das kann man sich natürlich auch überlegen, es sind hier jetzt keine Mollestreifen da. Da ist das nicht das richtige Produkt. Aber man könnte sich ja überlegen, wenn man das mag, dass das ein Beipack ist. Dass das ein kleiner Rucksack ist, in einem großen System zum Beispiel. Es muss ja jetzt nicht immer gleich das Menin Tiger sein, aber wenn ich jetzt mit dem Rangeback hernehme und sage, ich habe einen riesen Rucksack, mit dem ich unterwegs sein will. Wollen ja einige, die Fragen kommen ja immer wieder mal. Aber was mache ich, wenn ich den ablege und nur im Gelände ein bisschen herumgehe und was dabei haben will? Dann ist zum Beispiel das hier eine Möglichkeit. Muss nicht unbedingt sein, aber das kann eine sein. Also jetzt so vom Anwendungsgebiet her, dass man das als Ganzes, weil du kannst diese kleinen Teile hier verstecken, die kann man versenken. Hier auf der Seite, das wird ausgebaut, schau mal her, du machst den Clip auf, gibst dann nachher hier den Gurt auf beiden Seiten rein. Will ich dich jetzt nicht langweilen damit. Und du kannst auch hier diese Teile entweder komplett ausfädeln. Ja, schau mal her. Da, siehst du, der dazugehörigen Ausfädelgurt, das ist auch dann relevant, wenn du das am Plattenträger machen willst. Das Material ist im Standardumfang enthalten. Oder du packst es jetzt so ein. Stell dir jetzt das auch weg. Dann hast du eine Tasche, die in deinen Rucksack reinkommt und die du als Ganzes dann im Endeffekt wieder rausnehmen kannst und auch umbauen kannst. So, von der Idee her. Gut. Nächstes. Schauen wir uns jetzt nochmal deinen Rucksack von außen an. Lasercut, Molle. Dann hier ein Glättstreifen. Und da ist jetzt zum Beispiel billige Eigenwerbung. Ein Patch von mir Buschkraft da drauf. Oder das hier. Und ich bin nicht zum Wikinger geworden. Überhaupt nicht. Aber das hier. Das ist ein Klo in der Tag. Das heißt, das glüht nach. Und wir haben das jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen ist schon wieder her. Survival-Extrem-Training gehabt. Und da haben wir auch keine Lampen und nichts mit dabei. Und dann steht der irgendwo oder hängt auf einem Baum eigentlich. Und dann will ich, dass das nachleuchtet. Dass man in der Nacht, wenn das Feuer runterbrennt und man nicht mehr genug Licht hat, dass wir diesen Rucksack trotz alledem noch ertasten oder sehen können. Weil eben hier das nachglüht. Das ist die Idee dahinter. Und das ist eigentlich das Coolste, weil es so groß ist und so transparent deswegen. Also ich bin kein Wikinger geworden. Gut. Das ist die Idee. Das kann man auf jeden Fall tun. Hier jetzt ein Fach. Das geht bis ganz runter. Schau ja. Bis zu dem Punkt hier. Komplett. Und da habe ich jetzt einfach einmal Zeug reingeworfen. Und strukturiert. Da habe ich Nachfüllmaterial eingebaut. Komme ich dann nachher noch dazu. So. Dann außen hast du ein Scherenfach. Ja. Kommt die Schere rein. Leider geht sich der Leatherman Raptor, den ich sehr gerne mit draußen habe, weil er auch diese Ringaufschneidefunktion hat. Der geht da nicht rein. Aber eine ganz klassische, ganz normale Kleiderschere oder Verbandschere geht sich da locker aus. Das heißt, ich habe da auch gleich Zugriff dazu. Ich bin ja kein Medic, weder tactical noch so. Ich bin nur interessiert der Laie. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das für, dass hier die Platzierung sehr, sehr sinnvoll ist für einen taktischen Mediziner. Sozusagen. Auf der Seite haben wir Laser Cut. Wir haben auf beiden Seiten. Dann hier noch einmal dieses Feld hier. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis runter. Wobei, muss man sich anschauen. Also das ist einmal von außen. Dann hier einen schönen Tragegriff. Alles schön vernäht. Ich brauche bei Tasmanientiger meiner Meinung nach nicht über die Qualität irgendetwas sagen, weil das ist einfach top. Hier unten hast du auch noch einmal Molle. Da sind zwei Einheiten. Um dann auch Ausrüstung anzubringen. Habe ich jetzt persönlich keine Idee dazu. Aber vielleicht hat jemand eine. Was mir aufgefallen ist, ist, dass hier auch noch einmal so kleine Löcher sind. Könnte es sein, dass man vielleicht irgendwie irgendwas da noch einmal einspannen kann. Hier auf beiden Seiten. Dass hier unten man mit Flexi-Cord noch einmal was macht, dass man da eine Jacke oder irgendwas durchstecken kann. Vielleicht ist das die Idee dahinter. Vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht. Dann hier. Oh, da fällt so gleich ein Holzstück raus. Dann hier hinten. Schau her. Kann ich auch zugreifen. Da ist da ein Klett. Mit diesem Klett hält dieses Fach. Ich kann da komplett durchgreifen. Das ist ganz nach oben. Das sind jetzt diese Bauchbote. Auch das ist gegeben. Ich glaube, dass man das auch für den Plattenträger braucht. Schätze ich jetzt mal so ein. Hier hinten ist da noch einmal ein Clip. Ich glaube auch, dass das notwendig ist für den Plattenträger. So wie ich das verstanden habe, kann man das irgendwie abklippen und dann nach vor ziehen. Ohne das war... Ich stelle mir den Plattenträger vor. Das habe ich da hinten. Ja, wie ein Krabbelkäfer. Und ich muss da jetzt hin und dass ich das nach vor ziehen kann. Ratsch. Dann da zugreife und dann wieder nach hinten gebe. Glaube ich jetzt mal, dass das mit dem irgendwie zu tun hat. Aber ich bin kein Plattenträger-Experte. Naja gut. Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Und jetzt schauen wir rein. Ja, also das ist gleich einmal die Idee. Durch diesen Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, dass du es komplett öffnen kannst und vor dich hinlegen kannst. Standardmäßig ist es, also jetzt nicht mit dem Inhalt natürlich, aber als Erste-Hilfe-Teil ausgerüstet. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, diese Teile hier runterzunehmen und auch weiterzugeben. Also sagen, okay, da ist jetzt Ausrüstung drauf. Ich zeige dir das dann auch noch im Detail. Und kann ich jetzt weitergeben. Das ist eben dieses modulare System. Das ist mal das eine. Das habe ich auf beiden Seiten logischerweise. Dann ist eigentlich normalerweise hier im Lieferumfang noch einmal ein Modular-Pouch mit dabei. Das habe ich aber absichtlich rausgegeben, weil ich es in einem anderen Rucksack gebraucht habe. Aber auch das ist jetzt wie jetzt hier möglich. Und hier kann man alles rausnehmen. Ja, man kann alles rausnehmen und weitergeben. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich sage, okay, vielleicht will ich einen Erste-Hilfe-Rucksack tatsächlich haben. Dann ist es das. Dann habe ich eben diese kleinen Plättchen sozusagen oder Tabs oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Aber ich kann hier trotz alledem von Tasmanian Tiger diese ganzen Pouches, die es hier gibt und Funktionalitäten nutzen. Ja, was heißt das jetzt konkret? Ich habe jetzt hier beispielhaft solche Mesh-Pockets mitgebracht. Modulare, die man anbringen kann. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache das auf diese Art und Weise. Ich habe jetzt hier Ausrüstung drinnen. Es gibt auch größere, es gibt auch noch kleinere. Das ist jetzt natürlich nicht der Punkt. Da musst du deine eigenen Ideen haben. Aber das ist die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, ich verwende es dann nicht als Erste-Hilfe-Sack, sondern als Daypack oder als Erkundungs-Bagger. Also das ist alles überhaupt kein Thema. Das kann man alles tun. Dann hier seitlich. Ja, hier seitlich sind noch einmal kleine Schlaufen. Diese kleinen Schlaufen, die sind natürlich, das muss man auch sagen, für Erste-Hilfe gedacht. Tasmanian Tiger hat mir da Bilder angeschaut. Die geben da irgendwelche solche Wendl-Tubuse und sowas rein in der taktischen Medizin für den Atem, also für die Sicherstellung der Atmung für den Patienten sinnvoll sind. Habe ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das in die Nase einführen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das geht alles mal so. Ja, von der Art und Weise. Oh, da ist noch ein bisschen Atmetik drinnen. Soll so sein. Hier haben wir dann unten. Das geht wirklich komplett auf. Das heißt, du hast hier keine Staufläche mehr. Also wenn du aufmachst, fällt alles raus. Daher muss das auf die eine oder andere Weise angebobbt werden. Dann hier, in diesem Bereich hier, da habe ich jetzt das Törneke. Ich weiß, das Original übrigens, das ist auch ganz wichtig, das ist ein Cut, C-A-T. Nicht irgendwas Amazon-mäßiges kaufen und sich auch schulen lassen, das ist auch relevant. Das passt hierher für starke Blutungen. Über Törneke reden wir auch anders mal. Und dann hast du hier Einschubfächer. Eins, zwei und eben dieses große mit den Flexi-Cords. Ich habe jetzt hier ein Beatmungs-Tuch mit dabei. Und da war auch noch Verbandsmaterial, aber das haben wir leider gebraucht. Ist halt ganz einfach so. Also das ist jetzt mal die Möglichkeit. Ich weiß, dass, ich habe mir angeschaut, Bilder von dem bei Tasmedian Tiger, die zum Beispiel auch meinen, dass man hier mit einem Törneke-Pouch, dass man das Törneke gleich draußen macht. Ich persönlich, ich bin halt zivil unterwegs. Also wenn wer auf mich schießt, das wäre unangenehm. Aber auf das bin ich gar nicht vorbereitet. Wenn du aber in so einer Situation bist, kann das durchaus Sinn machen. Ich habe es jetzt hier innen. Es geht mir jetzt nicht darum, um zu zeigen, wow, schau, wie keine Ausrüstung ich habe da drin. Sondern ich will nur kurz erklären, um was es bei diesem Rucksack geht. Ja, das ist jetzt einmal der erste Wurf. Ja, werfen wir mal einen Blick auf diese Pads. Ich nenne das jetzt mal so. Die sind mit Flexi-Cords realisiert. Das bedeutet, du hast hier die Möglichkeit, das festzuzurren oder aufzumachen, an die Ausrüstung anzupassen. Und das ist alles gut gemacht. Also wie gesagt, ich will, weil immer wieder die Frage ist, ist das wirklich Qualität-Tiersteller? Das ist das Mennen-Tiger. Also da denke ich echt nicht nach. Wir haben ganz viele Produkte schon verkauft. Billige Eigenwerbung natürlich. Und ich hatte ein einziges Mal, einmal, einmal, ein einziges Mal, nicht bei dem Rucksack, sondern bei irgendeinem anderen eine Reklamation. Das wurde ausgetauscht. Also TT vertraue ich da absolut blind. Ich würde das nicht sagen, wenn ich das nicht so empfinden würde. So. Oder es auch so sein würde. Wir haben jetzt hier, um jetzt auf, vielleicht auch die Ausrüstung, die ich hier mitgebracht habe. Im Endeffekt, worum geht es mir? Wenn ein Notfall draußen in der Natur bei mir passiert, ohne Schusswunde oder so, dann kann das irgendeine starke Blutung sein. Dafür könnte ich jetzt sagen, okay, wenn es wirklich alle Stricke reißen, könnte ich abbinden mit einem Tourniquet. Wobei das auch massive Nachteile hat. Und man das auch, ich habe ja kein Opium mit dabei. Ich habe keine Opiate mit dabei. Echt nicht. Das ist NACL. Das ist einfach eine Salzwasserlösung, eine Kochsalzlösung. Mehr habe ich nicht mit. Das heißt, wenn du das da zum Beispiel auf deinen Oberschenkel ganz weit oben da anbringst, weil es da unten raus saftelt oder so, das wird wehtun. Das wird wirklich wehtun. Und wenn da nicht bald jemand da ist und den Patienten irgendwie ruhig stellt, dann wird das sehr unangenehm werden. Aber das ist sozusagen mein Thema. Eine starke Blutung. Und dafür haben wir einerseits das Zöneke, was ich vorher herzeigt habe für alle Notfälle oder hier Wundauflagen, nicht verklebende. Dann ein Dreieckstuch. Ich habe auch noch einen Schemaxschal dabei gehabt, aber ein Dreieckstuch, mit dem ich sozusagen einen, wenn ich jetzt hier wiederum die Verletzung hätte, durch eine Axt oder durch ein langes Messer, was ich mir da reinhau und wirklich das rausspritzt wie verrückt, dann könnte ich mir da mit eben einen Druckverband machen. Ich kann es aufschneiden und drauf machen und direkt den Druckverband anlegen und da ist ein Dreieckstuch eine sehr, sehr gute Lösung. So, also das ist einmal eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, das ist eh ganz klar, dass man Handschuhe mit dabei hat, ja, Untersuchungshandschuhe, dass man sich und den Patienten schützt, das ist eh ganz klar. Das geht sich alles da schön aus, das fixiert richtig schön. Dann, und auch immer wieder die Frage, ja, was hast du da so mit, warum Rettungsdecke? Okay, damit der Patient, damit man den irgendwie ein bisschen nicht kühlen kann, sondern die Unterkühlung unterbindet. Klar, wenn ich den nicht bewegen kann, dann wird er von unten vom Boden aus kühlen, aber ich kann zumindestens oben was drauflegen. Dann das hier, das hat einen ganz speziellen Grund, wenn sich jemand so richtig gescheit in den Finger schneidet, dann schneide ich, ja, aus diesen Materialien, die ich auch vorne noch als Backup mit dabei habe, unterschere, ja, eine Wundauflage und dann kriege ich sowas da drauf, so ein Hutterl auf den Finger, damit alle sehen, ja, ja, rosa-roter Panther, du hast da weh da, das war jetzt ein bisschen Social Blaming. Ich weiß, ich bin ein gemeiner Kerl, aber das soll so sein, ja, ich hatte ja auch eine riesengroße Taschenlampe beim Survival Extreme Training dabei, um Licht machen zu können im absoluten Notfall, aber das ist die Idee. So, aber ich will jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Sachen da ganz konkret eingehen, für mich jetzt, aber du siehst, wie dieses System aufgebaut ist. Und jetzt kann man auch wiederum sagen, das ganze Zeug, was du da hast, Reine, das kriegst du in ein kleineres Pack, viel effizienter unter der Pauks, nicht so ein großes Teil. Und da gebe ich dir recht, das ist vollkommen richtig, aber nicht so übersichtlich. Ich mache auf, ratsch, ratsch, zack, und habe alles an der Stelle, dass ich es total überblicken kann. Das geht schnell und effizient. Und es ging mir auch darum, bei diesem Survival Extreme Training, dass ich einen Ausrüstungsgegenstand habe, der auch nicht verloren gehen kann, den man sieht. Weil so ein Rucksack, der hat schon eine gewisse Größe. Wenn ich ein kleines Packerl mit habe, so ein ganz kleines, dann kann das untergehen in dem Laub oder in dem Stroh und dem Reisig, was wir uns da aufbauen. Das ist der Nachteil dabei und deswegen war das hier das Mittel der Wahl und daher nehme ich das bei diesen Trainings auch mit raus. Ah, da ist noch was rausgefallen. Das ist mein Handschuhhalter, ein Überraschungsei. Ich stehe auf Überraschungsei, nicht nur auf den Inhalt, sondern auch die Schokolider. Und der liegt normalerweise da unten drinnen. Also das lasse ich hier unten drinnen liegen. Und das geht sich gerade noch aus. Aber es ist so ein, wenn das nicht fixiert ist, das Zeug, was du da drinnen transportierst. Ob jetzt mit diesen Flexi-Court-Teilen oder irgendwelchen Modular-Pouches, die es natürlich auch billige Eigenwerbung bei mir im Shop gibt, so wie auch diesen Rucksack, dann wird das rausfallen. Also da wirst du dann keine Freude haben. Aber und das ist jetzt der Punkt. Schau dir diese Ordnung an. Das ist einfach super. Genau, das ist es nämlich. Schlanker, kompakter, leichter 6 Liter Rucksack, den du entweder als Tasche verwenden kannst, auf einem Plattenträger, wenn du einen hast, oder eben auch wirklich als Daybag. Du kannst auch hergehen, ja, und ich weiß, manche hassen mich schon dafür, muss ich damit leben. Du kannst es auch als Slingbag verwenden, wenn du nicht so dick bist wie ich. Nein, ernsthaft, ja. Du kannst es auch als Slingbag verwenden, ja. Da ist halt hier insgesamt, ja, die Form nicht ideal, das gebe ich zu. Aber auch das geht auf die Schnelle, dass man es so seitlich trägt, ja. Ich habe jetzt da zum Beispiel, ganz kurzen Moment, ich habe jetzt da zum Beispiel ein anderes Slingbag, das ich auch schon einmal vorgestellt habe. Das ist natürlich anders aufgebaut, weil es eben länglich gemacht ist. Das habe ich hier jetzt bei dem definitiv nicht. Aber es funktioniert. Nämlich, und das ist jetzt der Punkt, wenn ich in einem großen Rucksacksystem diese Tasche mit einpacke, als Tasche, und dann rausnehme und verwende. Also das ist alles, alles möglich. Hier dann noch einmal ein Brustgurt, auch da kann man Ausrüstung mit anbringen, wenn man das mag. Hier ist noch einmal ein dazugehöriges Molle. Alles gut, so wie wir es von TT kennen. Aber du hast natürlich kein Tragesystem, das ist der Nachteil dabei. Ja, jetzt habe ich mal einen ausführlichen, rein geredet, über ein Medicbag. Das sind ja 10 Minuten, ich habe keine Ahnung. Ich bin halt eine kleine Plaudertasche. Ist das etwas, was jeder braucht? Nein, definitiv nicht. Ist es etwas, was man überlegen kann? Ja, wenn du mit Gruppen unterwegs bist, wenn du ein übersichtliches, kompaktes, modulares System hast für erste Hilfe. Oder wenn du sagst, ich möchte die Modularität nutzen und hier das als Daybag zum Beispiel benutzen. Oder in einem größeren Rucksacksystem, dann ist es auch für Zivilisten eine Überlegung wert. Und ich mag das Teil. Ich habe es jetzt ein Jahr. Ich werde es noch viel, viel länger haben. Und ich werde auch hier mal einen kleinen Test machen oder einen Review nach ein paar Jahren. Aber bei TT kann im Endeffekt nichts passieren. Das war es jetzt. Das war es jetzt. Schreib mal einen Kommentar, was du von diesem System hier hältst. Ja, was ist da deine Meinung dazu? Das würde mich eh sinnlich interessieren. Fällige Eigenwerbung, all das, was ich da gezeigt habe, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Das ist eh ganz klar. Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo dalassen. Da geht es in den Shop. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.